Jo und willkommen zurück zu Wozett mit meinen Clan-Kollegen hier, Kamui und die ganzen anderen Resten, ne? Ich will das nicht halt aufzählen, ich bin ja nicht so armselig, aber ihr könnt euch mal alle vorstellen nochmal, ne? Ich bin Kamui. Genau, oh, oh, guck mal, Cleaview, schreib mir schon welche. Oh, eiskalt erwischt hier Cleaview. Ja Leute, wir sind hier in Cleaview, weil wir ein bisschen abfarmen wollen. Und der, der Mason, der muss mal STRG gedrückt halten. STRG, okay, ich versuche es. Ich sehe zwei Spieler. Wo? Siehst du mich schon? Scheiße, ich bin drin, aber ich... Ja, ich sehe dich schon. Wo, wo, wo? Nee, nee, ich noch nicht. Ja, ich sehe sie. Ja, oh, soll ich nicht snacken, soll ich nicht snacken? Hau weg. Warte, warte, ich habe, wo ist er? Wo sind die? Ich höre Schüsse. Ja, chill. Ich schaue, ich warte. Ja, da, deck ich, wirklich. Ja, ich, jetzt mach ich das. Äh, gut. Oh, wo? Oh, wer schmeißt da ne Flair? Oh mein Gott, da schmeißt jemand ne Flair. Noch mehr Ziele. Komm, Alter, ich habe noch viel Schuss, die muss weg. Hospital, Hospital, Hospital sind welche. Glaube ich, Hospital, die kam aus dem Hospital. Der muss sich erschreckt haben, den ganzen Sniper. Boom, boom, boom. Jetzt scheißt er sich in die Hosen, Alter. Habt ihr jemanden getroffen oder nicht? Nein, fast. Der ist aber gestrungen. Oh, der schreibt, der schreibt. Habt ihr den einen gesehen, der uns mit einem Fernglas gerade beobachtet? Hinter der Feuerwehr, wo die Flairs sind? Ne. Wo hinter wo? Da, wo die Flairs sind. Der steht da zwischen, direkt an der Mauer. Ich sehe mich. Jetzt hat er sich entweder ausgelockt oder geduckt. Oh, Patrick, man muss den Schuss super kackt, man hetzt. Ich sehe den, der läuft. Ja, das ist in Richtung Polizervier. Genau, das große Gebäude, links von dem Flairs. Das links dahinter, da kommt er gleich vorbei, Sniper. Also hier, guck mal, Kamui. Oder Patrick, links kommt er hinter dem großen Gebäude vorbei. Ja, ich weiß, ich weiß, ich habe ihn gesehen. Habt ihr eigentlich den einen mit der Pistole erwischt? Hey, den, willst du nicht schon mal runtergehen? Ne, 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 lassen wir. Die Waffe verzichtet ein bisschen mehr. Habt ihr überhaupt was getroffen oder? Ja, fast. Wenn Patrick den Schuss nicht verkackt hätte, hätte ich den bekommen, Alter. Aber ich wollte gerade abdrücken. Ne, ballert der los? Naja, die ist verkackter als die Mauer 07. Ja, ach, hör auf, die sind scheiße aus. Klar, guck mal, die Mauer 07 ist höher. Ja, der Schuss muss auch treffen. Dieser Hohre, man regt mich schon so auf, Mann. Wo sind jetzt die anderen achtbar? Bin jetzt ganz links, ne, wenn er zur Polizeistation bin, ne, dann muss er einmal über die Straße und das kann er nicht. Ja, aber der Kleine, guck mal, der ist entweder im Supermarkt oder da muss er nicht sein. Wenn, ich muss hier einfach bloß mal kurz den Hügel runter, dann kann ich, glaube ich, schräg reingucken. Ja, ich kann jetzt schräg reingucken. Den Eingang. Aber ich sehe da nichts. Habt ihr jetzt einen gekillt oder nicht? Ich hab das nicht verstanden. Wer ist denn das? Ne, kein gekillt, weil ihr alle nicht getroffen habt. Das bist du mit der Sniper. Oh, ich denke erst mal, wer ist hier unten, Alter. Okay, ich sehe jemanden laufen, zwei Leute in ein kleines Supermarkt. Zwei Leute? Ja, oder eine mit Zombies. Aber da läuft jemand. Ich lauf mal rum, ne? Ist das rechts oder ist das links? Ich lauf mal rum, dann macht ihr diese gerade Straße und ich gehe dann an die andere Seite. Wo ich dann zum, gerade durch, zum Supermarkt und so durchschieben kann. Ich muss dann einmal hier über die Straße hier. Oder Moment, kann ich diese hier sehen? Wer ist hier unter mit mir? Ich bin fast an der Straße, am Baum bin ich. Ich lauf jetzt gerade drüber. Warte, ich guck mal, wenn du möchtest. Wo seid ihr? Oh, da hat einer geschossen. Wer hat geschossen? Ja, keiner von uns. Das war in der Nähe von uns. Ja, ja, ich bin statt. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Wo sind sie? Okay, ich weiß, wo der ist, ich weiß, wo der ist, ich weiß, wo der ist. Wo ist denn der Zucker? Chill, chill, chill. Ich hab ihn gleich. Wenn du es sagst, will die helfen. Ja, lass, ich mach den schon. Ich bin bei Erster Haus. Das rote Jahr, oder? Äh, nein, der ist daneben. Der ist bei der Mülltonne. Bei der Mülltonne. Ähm, ihr wisst doch da, wo dieser Parkplatz ist, ne? Äh, ja. Genau da ist er, bei der Mülltonne. Welcher Mülltonne? Also, wo ist die Mülltonne? Ja, beim, beim, beim Feuerwehrhaus, äh, Haus. Bei der grünen Mülltonne. Der hockt grad, oder ich glaub, der lockt sich grad aus, der Bastard. Ach, shit. Ich bin hinter dir, aber erschreck dich nicht. Ja, ja, klar. Ja, okay. Ah, es waren zwei, ne? Ja. Patrick, kannst du was noch von der Straße sehen? Also, ich bin jetzt da drüben, die andere Seite, wo ich dann durchgucken kann. Ähm. Ich seh im Moment nix. Moment, ich seh eigentlich nix. Police Station scheint clear zu sein. Wir sind schon der Feuerwehr. Der ist immer noch da. Ey, Leute, der ist bei der Mülltonne. Ich lasse auf, 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 aufm, 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 hier. Ja, fuck you! Der ist auf dem Gelände gelaufen. Wer schießt da die Zombies ab? Der ist hinter euch. Fuck, und hat mich erwischt, weil ich dachte, das ist was ihr. Der ist recht von mir, ja. Ich hab ihn gesehen. Ich bin auch dran. Ja, das ist weil wir so ungeordnet reingelaufen sind. Der ist da beim polizeilischen Revier gegenüber der Straße. Hinterm Feuerwehr ist der irgendwo. Ja, zwei Leute sind da. Der sammelt die Sachen jetzt von uns ein. Wenn ihr euch behält, kriegt ihr den. Er rennt Richtung Feuerwehr oder sowas. Ja, ja, ist jetzt bei mir. Ich lock mich aus, ja. Ich versuch mit einem neuen Greiffeld zu kommen. Ich seh den nicht. Der ist verschwunden hinter so einen Schissenmauer. Ich komm jetzt von hinten. Ja, das ist immer das gleiche, weißt du. Da geht die vor und keine Wache mehr sein. Okay, er ist noch hier. Er sammelt die Sachen ein. Ich geh von hinten. Ich mach den Superman Twitch. Von wem wurdest du jetzt gekillt? Von Rüben. R-U-U-B-E-N. Das ist noch ein Spieler. Wer läuft da? Wer läuft da? Ich bin auf der Straße. Ich nicht. Wir sind tot. Ich bin auf der Straße. Spring, spring. Wer das ist? Spring. Es sind zwei Spieler da, wo? Es sind zwei Spieler da. Einmal die Glexi und einmal Ruben, glaube ich. Hey, soll ich mit dem neuen Tür reinkommen? Ich bin eigentlich näher. Und ich lieg hier, ganz links. Einer ist tot. Einer ist tot. Oh, da schießt mich einer. Ich seh' dich, ich seh' dich, ich seh' dich. Ich snack ihn. Chill, 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 chill. Der muss da rauskommen. Ich seh' dich. Ich bin genau hinter ihn. Der Huren. Viel zu dunkel, man. Scheiß, warte Gott. Komm jetzt her, hier, du Penner. Ich weiß, wo du bist. Da ist er beim Feuerwehr. Ja, der war da hinten. Wo ist denn der Homo, ey? Ich zeig dir an wegen Körperverletzungen. Der Mann hat mich getroffen, der sagt, wolle ich hier nicht. Okay, ich seh' dich nicht mehr. Also, wie viele von uns sind noch hier? Noch drei Stück, ne? Zwei. Nur du und Patrick. Ey, da ist einer super Mann. Ja, super, Maxi, noch welche. Oh mein Gott. Chill, chill.